In Bingen, den Hochzeitstanz tanzen lernen. Hier in diesem Video geht es darum, dass Sie zu Ihrem Hochzeitstanz kommen. Wunderschönen guten Tag Ihnen, seien Sie gegrüßt. Hier grüßt Sie der Sean, Sean Jerome McCray. Hochzeitstanz, Tanzlehrer, Hochzeitstanz, Privat, Tanzlehrer. Als ADETV, IHK, World Dance, Kanzel, Gütesiegel, ausgebildeter, ausgezeichneter Tanzlehrer möchte ich Ihr persönlicher Hochzeitstanz, Tanzlehrer werden. Wenn Sie sich vorstellen können, über Hochzeitstanz, Privatstunden in Ihrem Eigenheim, bei sich daheim, zu Hause, in den eigenen vier Wänden oder an einem anderen freizugänglichen Wunschort Ihren Hochzeitstanz tanzen zu lernen, dann habe ich die Empfehlung für Ihren Hochzeitstanz. Lassen Sie uns in Kontakt kommen über die 0176 840 44 661. Ich möchte Ihr persönlicher Hochzeitstanzbegleiter werden. Begleiter bedeutet zum Beispiel auch, dass ich an dem Tag der Hochzeit dann zum Beispiel mit Ihnen nochmal komplett die Hochzeitschoreografie, die Hochzeitsparts, tänzerisch alles nochmal durchgehe, damit Sie mit einem frisch aufgefrischten Hochzeitstanz dann in Ihre Hochzeitstanz-Einheit starten können. Wenn das für Sie interessant ist, zudem noch die Infos, ich mache auch Videoschnitte, mache auch Fotos und andere Dinge. Wenn das für Sie interessant ist, dann lassen Sie uns in Kontakt kommen über die 0176 840 44 661. Ich wünsche mir dazu ein paar homework самом, wie ich vielleicht die Aufricht stehlos Ihr bekommt einen Aufricht-Suchzeiten. Die Abonnenten versstattt es zum Teil von der Übertere混zний reci集.